Herzlich willkommen zu diesem weiteren kurzen Erklärvideo rund um das Thema Wissensmanagement und zur vierten und auch schon letzten Folge der kleinen Serie zur neuen internationalen Norm ISO 3040.1 Knowledge Management Systems Requirements. In dieser vierten und letzten Folge haben wir uns nun endlich über die Hintergründe der Norm und ihrer Entstehung, die wesentlichen Definitionen zum Wissensmanagement sowie die Leitprinzipien an die eigentlichen Anforderungen, die die Norm an ein Wissensmanagement-System stellt, herangearbeitet. Worum geht es in der Norm generell? Nun, die Organisation soll ein Wissensmanagement-System etablieren, einführen, pflegen und kontinuierlich verbessern. Wir erinnern uns, Wissensmanagement-System bezeichnet hier kein IT-System, sondern ein sogenanntes soziotechnisches System. Was genau sind nun aber die Bausteine eines solchen Systems und die konkreten, damit verbundenen Anforderungen? Die Organisation soll nachweisen, dass ihr Wissensmanagement-System alle Wissensprozesse durch systematische Aktivitäten und durch bestimmte Verhaltensweisen abdeckt. Die englische Vokabel Cover ist hier ein wenig diffus, sollen Prozesse gestaltet und gesteuert oder etwas zurückhaltender unterstützt werden. Hier besteht noch Raum für Interpretation und ich bin auf die deutsche Übersetzung gespannt. Um welche Prozesse aber geht es? Nun, es geht darum, neues Wissen zu erwerben, vorhandenes Wissen zu nutzen, anzuwenden, relevantes Wissen auch für die Organisation zu bewahren und genauso aber mit veraltetem, nicht mehr gültigem Wissen umzugehen. Das Wissensmanagement-System soll außerdem alle Formen der Wissenstransformation unterstützen. Sie erinnern sich aus Folge 2 an die Vorstellung von Wissen als einem Kontinuum unterschiedlicher Zustände zwischen den Polen Information und Handlung. Die Übergänge zwischen diesen unterschiedlichen Zuständen soll ein Wissensmanagement-System unterstützen durch die Unterstützung der menschlichen Interaktion, durch Representation. Representation bedeutet, dass Wissen verfügbar gemacht werden soll durch Dokumentation, durch Kodifizierung, aber auch durch Demonstration, durch Combination. Das heißt, Wissen soll zugänglich und auffindbar gemacht werden, indem es kuratiert wird, formalisiert wird, strukturiert wird und schließlich durch die Unterstützung der Internalisierung und des Lernens. Ja, und schließlich soll das Wissensmanagement-System Schlüsselvoraussetzungen schaffen, im Englischen sogenannte Enablers. Was sind diese Enablers-förderliche Rahmenbedingungen für ein Wissensmanagement? Nun, es ist das Human Capital, also die Menschen als Wissensträger. Es ist die wissensförderliche Gestaltung von Prozessen. Es sind Arbeitsmittel und Arbeitsumgebungen, sowohl technologisch als auch physikalischer Art. Es ist das Thema Governance, also die bewusste Steuerung des Wissensmanagement-Systems, aber auch des Wissens im Hinblick auf Ziele, auf relevante Wissensgebiete. Und es ist schließlich die wissensförderliche Kultur. Hier nochmal alle Bausteine eines Wissensmanagement-Systems nach der ISO 3040.1. Im Überblick wichtig bei allen drei Bausteinen und in der Norm wird es tatsächlich bei jedem Baustein explizit erwähnt, ist dabei jedoch, dass ein Wissensmanagement-System keinen Selbstzweck darstellt, sondern es soll klar Ziele, Ziele für das Wissensmanagement-System, die sich aber ableiten von den Zielen für die Organisation unterstützen und es soll ausgerichtet sein auf als relevant identifizierte Wissensgebiete. Ja, soviel als erster Eindruck zur recht neuen internationalen Norm ISO 3040.1 Knowledge Management Systems Requirements. Wir haben angefangen mit den Hintergründen über die Definitionen und Leitprinzipien. In dieser Folge schließlich die konkreten Anforderungen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung dieser neuen Norm.